und herzlichen kommst du hast das mit der sammler ich bin sammler gameplays und bei mir ist es so wir machen weiter 1 2 oder 3 nix hier sind zwei und siehst du was normal wir hängen die das immer in den ecken rum das ist das sind die ruinen wer ist denn ich bin gleich tot ich habe gestorben weil ich jetzt wie eine welt meist reparieren werde hallo Hä, hilf mir. Hast den Zaun da wohl nicht richtig getroffen. Doch doch! Er wollte nur nicht. Erst mal die Kette Stahlhand. Ne, aber... Was meinst du? Hä? Wie lange trauen wir für den Partner? Ich würd sagen noch so sieben Parts. Na, läuft. Sieben Parts sind nicht die Tode? Rechnen wir 20 für jeden. Naja. Ich frag mich aber selber, ob das wohl ausreichen wird. Weißt du was? Hä? Im welchen anderen, wie es ein Stich läuft. Eja. So, drüchern hier auf Pause. Da ist ein Stich. Und macht so ein Stich ohne Pause, ich weiß nicht. Hier war es ohne Pause. Ok, dann. Ohne Pause. Also nicht mal ein Stich geliebt. Und guck dann mal, wer öfters gerecht. Kommst du? Natürlich. Ich brauch ja meine heilenden, meine heilenden Hände. Hahaha. Die ist schön, dass du mein Stab bestiegen musst. Ja. Brauch ich halt meinen heilenden Stab. Gar nicht feststehen kannst du. Jo. Ich find das auch toll, dass du jetzt mal tanzt. Jo, vor allem weil ich so schön treffe. Ja. Ja. Und du nur 5 Schaden weniger hast. Ja. Okay. Ich passier? Ja. Ich passier schwarz? Ja. Wie viel Leben hast du eigentlich? 134? Ja. Und tot. Nein! Scheiße. Aber ich bin doch gerade auf Geheim. Also irgendwie muss ich bei dir mehr Rollen benutzen als du bei mir. Bei dir Rollen? Wie? Du am wenigsten Leben hast. Die Gegend hat jetzt mehr Kurkissen als keine. Stimmt, ja. Die sind irgendwie aktuell vieler geworden. Ja. Ja. Die Arbeiten schon nach dem Motto, ey. Gib ein wenig. Die waren hier schon mal. Die gäbe ich jetzt. Wir waren hier schon dreimal. Ne, viermal. Ne, sollen wir nur noch selbst bestellen. Und trifft die Trä... Ne, sie trifft nicht. Ne, da. Ah, die beiden kennen die Träger. Ja, wir brauchen halt erstmal 2 Minuten für den, ne. Ja. Aber wir waren schon mal schlimmer. Ja. Und wir werden noch schlimmer. Ja. Ich dachte, wir sind schon still. Schlimmer geht aber. Ja. Heilen wir mal bitte. Warte mal, wir müssen wir noch mal spielen, oder wird man keinen Hälfte? Krieger und Dieben, glaube ich. Ja, aber nur bis Level 8 und dann lernt der Krieger nämlich Heilung. Ja. Weil wir oft jemals sinnvoll aus Level 8 sind. Vor dem Endpost nicht, ne. Nach dem Endpost, ja. Klar so. Da sind wir dann über 20. Ey, überleg mal. Wir machen dann irgendwann eventuell Krieger und Dieben und dann fällten wir es durch die Dungeons Hotel. Wir werden sehr oft Neustart drücken. Oder wir brauchen unendlich Rollen wiederbeleben. Oder das, ja. Oh, ich hab eine Segenkette. Nice. Gib mir die. Die bringt es? Tempo. Na okay, gib du die. Ich hab noch keine Kette. Hast du schon eine Kette? Nö. Ach, nein! Noch eine! Außerdem, ach was? Ich muss doch sowieso meine Frau in den Schmuck tragen. Na dann. Ich dachte nicht, ich hätte gerne gehen. Hey, ich habe mal eine Lüge vor dir bekommen! Du hast es auch mal einmal geschafft. Ja. So Leute, wir sind noch nie nach hier gegangen. Und wer hätte es gedacht, ein Gegner. Hä? Wo bist du denn jetzt? Ich bin nicht gerade ausgegangen. Ich bin ein Hero. Da gibt es doch noch einen Düssel? Ja, noch nicht gewusst. Wo? Was machen wir hier? Wir wollen doch den Leuten alles zeigen. Lustig. Ich hätte uns interessiert an einer riesengroßen, fetten Wiese. Ja. Das ist doch so schön grün, die Wiese. Weißt du, was noch geschehen ist? Ja. Wir Gegner können Leipzig so gut. Ja. Na gut, das sind nur Skelette. Die können jetzt nicht verferben. Ja, ich weiß, wegen Blut und so, weißt du? Ja. Blut auf grünen Rasen? Nein. Ey, noch einer! Oh shit! Das sind zwei Gegner mehr als ich erwartet hatte. Hast du überhaupt Gegner erwartet? Nein. Sauber. Das heißt, dein... Bei Erwartungen wurden schon verdreifacht. Waren verdreifacht? Das waren nur zwei. Ja. Aber wenn einer da ist, sind schon doppelt so viel da als wir erwartet heute, oder? Ja. Siehst du? Und wenn es dann noch einer kommt, dann ist es doch verdreifacht, oder? Ich verzweifle, dass aber noch einer kommt. Ich meine jetzt den. Ja. Mein Gegner war da. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hier sieht man eine Ecke. Ja, dann komm ich. Mal gucken, was wir noch so alles entdecken. Nichts wär. Mehr ist hier nicht. Am Ende kann ich über die Mauer springen. Ja, na. Das wär's. Ich steig auf den Felsen, springe über die Mauer. Ja. Ich bin tot. Erstmal drei Gegner. Yay. Wir bräuchten jetzt einen Akro-Modus von dir. Und du bist gleich tot. Ich weiß. Scheiße, der Akro-Modus im Spiel dann zu haben. Ja. Ich könnte ihn auslösen, wenn er will. Dann wär das aber zu einfach. Okay. Ja. Seh ich grad nur für Krieger? Der wäre zu OP meiner Meinung nach. Ab Level 15? Auch zu OP. Und was heißt wir auf Level 15 hochkommen? Naja. Wir sind Level 3 schon. Level 6. Wow, 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 wow. Halt mal kurz die Luft an. Scheiße. Nein. Du wolltest noch heilen. Nein. Unsere beiden Charaktere sagen nein. Aber wir drücken jetzt Neustart. Tod 5 und 6? Ja. Natürlich hab ich mehr Tote als du. So muss das auch, weil ich ja den Tank spiele, ne? Nein. Mach dir da mal. Warum bist du schneller als ich? Weil ich es kann. Du kannst was? Nein. Start schon. Ist das echt die Rattung? Glaub ich das kann? Nein. Moment. Ich bin ja nicht in Ordnung. Oh, guck dir das an, guck dir das an. Guck dir das an. Guck dir das an. Ich werde einfach überholt. Okay. Eher nicht, ne? Warte mal, guck. Hab ich gleich, ich gehe um zu viele Ecken? Ich muss um die Ecken. Ey, 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 ey. Ganz ruhig. Ganz ruhig, klar. Oh, komm, ey. Äh, da bin ich gestorben. An der Treppe? Ja. An der Treppe? Ja. An der Treppe? An der Treppe? Die hier hochkürt. Ja. Wo vorhin ein Gegner war. Ja. Den wir die killten haben. Mit dann weitergegangen sind. Und hier kann ein Gegner sein können. Ja. Gut, das wird bestimmt. Find ich auch. Oh, du hast ja eine Verseilung gerammt. Du bist du, du Sack. Ich wollte dich holen und gerammten hier, Alter. Was ist das für ein unsoziales Verhalten? Sag das zu den Untoten. Die vermöbeln dich. Die Untoten sind so geistig. Du bist gleich tot. Du bist gleich tot. Endlich schön. Bei mir kam keine Heil-Animation. Du bist immer noch gleich tot. Weil du nicht scheiße bist. Warum ich? Bei mir ist die Heil-Animation da. Wolltest du nicht ein paar Gegner füllen? Mach ich doch. Wo? Ja, die haben viel Leben, ne? Nö. Das akzeptiere ich nicht. Dann akzeptierst du das halt nicht. Die sollen verrecken. Du könntest mal Blitze kommen lassen. Dann würden die auch verrecken. Nö. Dann würden die mir und dann start. Moni! Ja. Ja. Aber wir haben es gleich. Wir sind gleich in den Katakomben. Jeeeeey. Das heißt... 10% werden geschafft. 10%? Ja. 10%? In etwa. Doch so viel. Doch so viel. Wenn nicht noch mehr. 5 oder 6 mal direkt. Nö. Da sind glaube ich schon gleich die nächsten zwei. Jeeeeey. Buck dir, nice. Blitze? Nein. Warum nicht? Warte, warte. Akro-Modus. Wir sind ja innerhalb einer Bibliotheke. Hier Blitze. Das geht. Verbrannt. Mach mal Blitze. Der weiße Sammler hat keine Logik. Stopp. Ich mach aber ohne Blitze irgendwie mehr schade. Du könntest mich mal heilen, weil ich bin unter Half-Life. Uuuuh. Du willst ihn noch tot Ziele partieren? Hä? Du willst ihn noch tot Ziele partieren? Ne, den will ich nicht partieren. Ach, das ist bitter. Wir werden eh noch genug unten in den Katakomben sterben. Ich versteh mich weil sie du. Ich wollt ja wieder Kanalisation sagen. Beziehungsweise, du willst auch das mal machen? Weil ja. Weil nicht so. Nö. Doch? Na dann. Das so. Weil nicht so. Der Gegner ist auch gleich tot. Uuuuh. Das kann man anfechten, aber ich weiß mehr. Jetzt haben wir nur noch drei Gegner vor uns. Der will sterben? Ach ja. Können wir ja nicht. Der ist ja schon. Ja. Halleluja. Ich geh hier. Das ist hier nur Untoten Fabio. Ja. Ja, okay. Mach dich erst mal gleich für Stahlhaus. Wie wär's denn mit meinem 7 Frauen Zaubertot? Nee, das kannst du zwar auch klären. Ich meine eigentlich jetzt. Äh, nee. Ja. Warum nicht? Weiß ich nicht. Immerhin, wir sind doch nicht tot. Und Sandra hat da sowieso keine Logik. Plötzlich auch vom Talentbunker. Ja. Das kann ich mir immer noch nicht erklären, die Talentbunker. Und es scheint so, dass wir gleich doch sterben. Nur über eine Leiche. Und das sagst du kurz bevor du tot bist. Nein. Ja. Ich überhöre mich. Tod 6 und 7. Warten, warte. So, Leute. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt. Let's play together Summoner. Ich bin Summoner Gameplays und beim nächsten Mal. Bis gleich.